Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. In diesem Video geht es um den versteckten Boss in der Instanz Tolgador. Diesen könnt ihr auf dem Schwierigkeitgrad mythisch machen und dort habt ihr die Möglichkeit ein Haustier zu bekommen. Wenn ihr gerade kein Haustier-Sammler seid, dann bringt euch dieses Haustier einen guten sechsstelligen Betrag ein. Und wie viel das hier gerade bei mir sind, möchte ich euch einmal natürlich zeigen. Da suchen wir, ich habe es hier schon eingegeben, da ist er, der dreckige Schleim. Bei mir auf dem Server bringt er im Sofortkauf schon 150.000 Gold. Das kann natürlich je nach Server immer ein bisschen schwanken. Es kann natürlich sein, dass er bei euch vielleicht nur 80.000 wert ist. Es kann aber auch sein, dass er bei euch auf dem Server vielleicht 300.000 wert ist. Auf alle Fälle, wie gesagt, müsst ihr dafür die Inni Tolgador gehen. Auf dem Schwierigkeitgrad mythisch, das ist das Mindeste. Dann braucht ihr dazu mindestens einen Schurken oder einen Spieler, der Dietriche hat, damit ihr dort überhaupt hinkommt und sozusagen den versteckten Boss machen könnt und die Möglichkeit dort habt, das Pad zu bekommen, um dann das Ganze natürlich zu verkaufen, um damit auch wieder Gold zu machen. Und wie das Ganze dann natürlich aussieht, wo ihr da hingehen müsst und was ihr da genau machen müsst, das zeige ich euch jetzt. Bleibt dran! So, nachdem ihr dann hier unten in Tolgador die Sandkönigin, also den ersten Boss, besiegt habt, geht es dann hier ganz einfach in die Kanalisation rein. Auch hier, wie gesagt, könnt ihr natürlich einmal links lang gehen, ist egal. Oder wenn ihr natürlich einen Schurken dabei habt, wie ich es euch empfehlen würde, oder jemanden, der diese Dietriche hier besitzt, die Molilit-Dietriche, oder halt jemanden, einen Inschriftenkunde, dann einmal hier das Tor in der Mitte öffnen. Dann gehen wir hier einmal ganz schnell jetzt hoch, einmal hier rechts rum um die Kurve. So, dann folgen wir einfach ganz normal dem Standardweg, gehen hier die Treppe relativ easy noch hoch. Ich habe das Ganze eben in einer Gruppe kurz gemacht, einmal clear gemacht. So, dann seid ihr hier oben in der ersten Etage und dort müsst ihr einfach nur einmal kurz geradeaus gehen. Da seht ihr dann hier eine Zelle, da eine Zelle und hier hinten, kurz bevor ihr sozusagen die Treppe hochgeht, sind hier zwei Zellen, dort müsst ihr einmal dann diese Zelle hier öffnen. Die geht dann auf, da könnt ihr, da ist dann hier der Typ, der kämpft nicht gegen euch, da geht ihr hier rein in die Parallelzelle sozusagen, einmal durch diesen Wandbruch und einfach dann hier hinten einmal komplett lang laufen. So, wenn ihr dann hier hinten angekommen seid, dann braucht ihr nur noch einmal auf diesen Eimer klicken, dreckiger Eimer und wenn ihr dann da drauf klickt, dann kommt auch schon der dreckige Schleim. Das ist ein Boss, der sieht genauso aus wie das Pad. Ihr müsst ihn dann innerhalb dieses Raumes hier bekämpfen, ihr müsst dort ein bisschen aufpassen. Der macht, ja, Giftfähigkeiten, aber mit einer guten Gruppe geht ihr auch relativ flott von der Hand, dass ihr den dann relativ easy besiegen könnt. Und wenn ihr dann Glück haben solltet, dann könnt ihr dort das Pad dann bekommen und könnt dieses natürlich dann wieder im Aktionshaus verkaufen, um dort einfach, ja, euer Goldkonto ein bisschen aufzubessern. Ich auf jeden Fall hoffe, ich konnte euch mit diesem Guide wieder ein bisschen weiterhelfen, wie ihr ein bisschen Gold nebenbei machen könnt und einen versteckten Boss in Tolga Dor besiegen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat und es für euch wieder hilfreich war, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten könnt ihr gerne was in den Kommentaren dazu schreiben, wenn ihr Lust habt und wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen, angenehmen Tag noch. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.